Kommt Nistodongo nicht bei uns rein oder wie oder was oder wo? Ich glaub die hat sich ja irgendwie eine Art Sharing bei sich da, dass sie fast nur spielen kann. Die hat das ja nicht selber so. Deswegen muss sie irgendwie warten da irgendwie, dass sie jetzt spielen kann. Die ist ja eine Art Warteschleife, dass sie das Spiel starten kann. Ich weiß nicht genau was sie da für eine Art gemacht hat. Deswegen kann sie das Spiel ja nicht starten. Ich hab Farmhaus wieder rausgenommen. Ne, ist noch eine. Ne, bei mir steht nur noch Willow Street dran. Willow Street, Willow Street. Dann, testen wir mal eine neue. Hoppla. Ja jetzt Dory noch bereit. Dann, testen wir mal eine neue Zeit. So. Oh, ist sehr gut. Also, heißt Jack Martin, reagiert auf alle. Ich zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabol Mikrofon auf. Dann Geistererzeugnisse und Sanity unter 25 Prozent. Ach nein, unter 25 Prozent bei so einem kleinen Gebäude. Ne, das wird ja eigentlich einfach böse. Gibt ja nur den Keller. Ne, ne, ne. Achso? Ne, ne, ne. Hast doch gesehen, was passiert mit unter 25 Prozent. Der ist runtergekommen und hat uns gesnackt. Ja. Willst du alleine stehen? Nein. Nein. Ja, wenn ich das Spiel auf der Playstation habe, gehe ich vielleicht sogar mal alleine rein. Also ich habe jetzt Taschenlampe, EMF und Kamera. Okay. Also Bildkamera meine ich. Ich habe die Box und Thermometer. Taschenlampe ist sowieso immer dabei. Ja. Und Puchte war ja Rache. Genau. Oh, es rauscht nicht mehr so krass. Es rauscht nicht mehr so krass. Was? Ach, war hier nicht mal Disco? Boah, die Disco hatten wir schon lange nicht mehr. Ich habe eine Tür gehört. Ah, ich habe eine... Ich habe eine Tür gehört. War dir das? Was? Ich habe eine Tür mitgenommen. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Was ist passiert? Oh, jetzt ist das. Oh, jetzt ist das? Strom ist an. Ich sehe hier ein Auerbach hier um Fliege sind. Ja, es wird kälter. EMS ist jetzt nicht, ich krieg's hier mal aufs Bett. Und wohl... Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Antworte mir. Bist du da? Herr Geist. Kann jemand mit irgendwas die Tür ableuchten? Okay, ich hol's. Das Dings? Das Dings? Boah, ich will die Geisterbox auch hören. Lass's an. Sagt der endlich wieder sowas wie ein Close und so? EMS 5. EMS 5. Rede mit mir. Doch nicht so! Ich bin hier mit dir in den Raum, du Verrückter. Höhöhöhöhöhöhöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wo bist du? Kannst du das doch mal machen? Kannst du das doch mal machen? Kannst du das doch mal machen? Ja! Ich hab dein Arm ges... Nicht nur du riechst, ich finde es egal. Er ist schon wieder im Wecker. Hast du dieses komische Mikro mal mitgenommen? Parabol hat er ja. Achso, Parabol... Achso, Parabol hat er schon... Was haben wir denn schon alles? Wir haben Fünf und den Ort, ne? Aber Op hat er einfach fest, den Unterkopf ist noch nicht. Ja, am Ort fangen wir auch. Dann hab ich ja den Raum ja gefunden damit. Ja, ich hab noch Geisterbox, weil die ja an dem Radio da rumgefummelt hat. Ja, das ist jetzt Radio und zählt dich als Geisterbox. Wann hast du die Tür? Ich hab die Tür jetzt gemacht. Damit er durch ihn dort geht. Ich glaub, der ist sich durchgegangen, ne. Ich glaub dort... Haben wir gerade... Ich muss mich dort vor kurz sein, gleich mal auf die andere Richtung. Ah... Wollte ich noch mitnehmen. Ach, ich hab die Knipser auf den Wegen. Die Fußspuren ist gleich. Ich muss mich doch wieder auf den Weg bringen. Ich hab mich ja... Ich hab die... Oh, okay. Das Licht ausgemacht? Ich hab's reingemacht gerade. Nee, aber hattest du's vorher ausgemacht oder was der Geist? Nee, aber hattest du's vorher ausgemacht oder was der Geist? Ja... Komm schon. Rede mit uns. Heißes Radio! Ah, du machst das Geld. Nur hinter dir, hinter dir, hinter dir! Alter, Sven! Ja... Aktivität ist auf vier. Ah, Mauri! Ja... ... 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 等一下 ... verweselt ... Oh ja ich erinnere mich an dieses Scheiß Ding... ... ... ... ... ... ... ... nicht geben, weil wenn EMF 5 und Geister-Orb ist und wenn man jetzt noch Geisterbuche ins Befügt ist, ist das gar kein Geist. Also würdest du nicht den Geisterbuch beschreiben. Wie gesagt, ich will den Orb jetzt mal aus Gründen im Rückkopf halten, wenn man nichts anderes finden. Und das mit der Geisterbox, die hatte ich ja auf dem Brett gelegt, die hatte, wo ich ins Zimmer gekommen bin, rot geleuchtet gehabt. Also das Radio war es glaube ich dann nicht. Ich habe es gehört, ich habe die Unterschiede verstanden. Wenn es aber EMF 5 war, dann ist es kein Mimic. Ja, wenn ich jetzt EMF... Entschuldigung. Ja, ich will nicht weiter, willst bestimmt das sagen, was ich jetzt sagen will. Also wo ich im Zimmer war, war die Geisterbox rot geleuchtet, das heißt die wurde ja benutzt und das EMF 5 hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade auf volle Pulle geleuchtet. Ja und ich hatte auch gerade ganz anderen Tonen gehört, die ich sonst nicht kenne. Da war die Box, die gelegt hat. Ich mach das mal, warte mal. Ja, das kann aber auch nichts. Ich quatsch mal mit dem. Ich quatsch jetzt mit dem Vieh. Ja, aber wir müssen zu zweit sein. Ja, können wir auch machen, kein Problem. Ich weck mir jetzt nur den Namen, Jack Martin. Ich muss ja eben trotzdem mal umsetzen, die Scheiße, so wie die ist. Nimm noch UV bitte mit, Sven. Ja, UV liegt doch drin. Ach so, ja gut, wusste ich nicht. Kamera habe ich dabei. 2, 2, 3, 4, 1, Slot. Oh, warte, die kann ich auch noch mitnehmen. Haben Sie mir das Scheiße an vergessen? Wann? Der Name ist Jack Martin. Jo. Jack Martin. Das ist jetzt hier, ich komme gleich weiter jetzt hier. Aktivität ist auf Quakras auf 6, jetzt auf 5. Noch ist ruhig. Auch nicht. Mach das voll rein. Doch okay. Lass doch auch nicht mit Bücher zu bewerfen. Ja, EMS 5. Jack Martin, bist du da? Rundherum hier. Jack Martin, gib mir mal ein Zeichen. Alter, du machst mich da witz mit deinem UV-Mann. Ich hab gedacht, Kalle, der läuft vor meiner Auffresse da oben. Jack Martin. Zeig dich. Kein UV. Jack Martin, bitte zeig dich doch mal. Wir brauchen Beweise. Zeig dich doch mal. Wir brauchen ein Foto von dir, weil die Leute denken, die sind verrückt. Deswegen mach mal, zeig dich mal, damit wir Beweise haben. Der ist irgendwo vor uns. Ich hab'n gehört. Jack Martin. Aktivität 10. Am Audi. Du drängst auf, stört doch nicht. Survival. Habt ihr geguckt wegen Geisterbuch? Hat was reingeschrieben? Ne, ne? Ne, ich hab' jetzt nichts gesehen. Aber ich hab' jetzt den Audio-Sensor. Können wir mal hör', dass er reinschreibt. Es muss Dots sein. Es muss Dots sein. Wir müssen auf die Dots achten. Es ist 100 pro Dots. Wenn's EMF und Orb ist. Und durch EMF kann's kein Mimic sein. Weil der Mimic hat als einziges, was er faket, ist halt der Orb. Er faket kein EMF. Der Tür geht krasse dazu. Naja. Lass nur. Und der hat da was durch die Gegend geworfen. Ja, ja. Lass nur. Ich sag nur noch. Ich will nur aufräumen. Ja. Er ist ein Geist, der darf das. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Bei mir kappt dein Internet nicht wieder irgendwann zwischen 2 und 3 ab. Wieso? Hast du das jetzt umgestimmt? Ja. Das war sehr versteckt, die Einstellung. Aber gestern hab ich's gedessen. Hab ich bis 3 Uhr gestreamt? Hä? Achso, das ist Klaus. Was versuchst du da, du Held? Was wirst du schon sehen? Aktivitäten ist auf 5. Wieder auf 4. 1. 4. 4. 3. 10. 8. 10. 11. 10. 10. 11. 11. war nett mit Klaus hab ich ein Geisterfoto gemacht? ja wolltest ein Geisterfoto machen das wird nicht passieren vor allem nicht wenn du alleine bist nein der muss dort sein okay unfreundlicher Drecksack irgendwie spinn ich gerade hier fehlen noch zwei Bereiche mit Dots ja wir haben noch zwei naja ich hab vor dem Bett und dahinter dem Bett das sind die Strahlen die zum hinterm Bett liegt geht Strahlt da auch rüber warum legst du es nicht auf im Bett? weil du die Strahlen sowas so siehst aber ich hab da eine beste Idee mir fällt da was Bisses ein warte mal ja pass auf du stirbst ach krass pfeif dir noch eins rein wieso wie viel habe ich denn? oh okay du weißt dass du jetzt alles machen musst ne weil du ich guck hier mal weiter auf die Szenen ja mach das ja mach das besser joa etwas ja etwas und jetzt ja der Bereich ist auf jeden Fall gut so best war gut Aktivität 2 oh Gott Aktivität 3 ich glaube Klaus macht sich gleich in die Hose Nö ich hab Heizling gesagt noch freundlich dein FC ist auf 60 Dotz ich hab da zumindest was gesehen ich hab da zumindest was gesehen nein das war ein Reizu nein das war ein Reizu meine Nachbarn die killen mich dieser dämliche öde Sack dieses abgelutschte Stück ihr habt doch EMF und wir haben ein Orb der Blöde là das noch hinterher gefolgt hat eh dept schön mir im Whoan ne Lenight show gegeben alles platz lassen mother Hahaha, scheiße, ich hätte es zu gern gesehen. Wollen wir jetzt noch mal warten, bis er da durchläuft? Ne, wenn du ihn gesehen hast, dann, äh. Ja, aber sicher kann ich nicht sein. Weil das so kurz war, dass ich... Du brauchst dafür ja auch nicht reingehen. Ja. Das passiert meistens eher, wenn keiner da ist. Mehrweise, ja. Er hat zumindest mal wieder das Radio angemacht. Ich glaube, er legt sich jetzt gerade ins Bett da, weil er das Radio angemacht hat und heute ist gechillte Musik. Man denkt sich, ja, lass die mal gucken da. Also, ich hab Raiju. Ich hoffe, ich lieg mit dem richtig und ich hab mich nicht verguckt und das war ein Orb, der da so durchflog. Das kann irgendwie auch sein. Ja gut, wir können ja danach noch mal ne Runde spielen, wenn ihr Lust habt, also... Das sowieso. So lange ihr noch fit seid. Hä? Für jetzt, dass eure Box geht, haben wir gesagt, geht nicht. Du hast gesagt, dort ist der Raiju. Buch hat er nicht geschrieben. Ultravilot haben wir nichts gefunden. Gefriertemperaturen ist er nicht kalt genug. Ja, ist er noch das. Okay. Dann lass uns die Musik hören und wir sind weg. Habt ihr alle eingegeben? Yes. Entschuldigung. Ich will es aber noch mal sehen, damit ich sicher bin. Hat er gerade Yes gesagt? Ich hab Yes gesagt. Okay, gehen wir. So, habt ihr? Ja. Ja. Bitte lass es richtig sein. Ach, und doch. No, Backe. Machst du denn 10 Subs da mir jetzt drin? Hm. Ja, und was krieg ich? Arschtritt. Also war es doch ein Orb, den ich da wahrgenommen hab. Dann war es... Dann war es nämlich... Es war ja Raiju oder Obake. Und ich lieg natürlich daneben, ey. Es darf nicht passieren, ich muss meinen Job ordentlich ausführen. Ich kann den deriven. Noch mal dringend. Und ich will das dann noch einmal deaths.